und Ne, wir haben keine PS3 Spieler mehr Blut nicht Techno normal viele Clans auf PS3, oder? Ja Man ist ja jetzt auch nicht unbedingt bei jedem drin, sich dann direkt eine PS4 zu holen Oh, let's go Jungs, kommt Oh ne, kommt It's good Weißen wir ein, einer? Weißen wir ein, einer? Weißen wir ein, einer? jetzt auch wenn ich verschen soll eine loading one shot wo man tig oder auch noch ein schild drauf ja was andere loading oh mein gott ich glaube ich glaube ich glaube ich habe noch einer ich weiß auf den treppe wieder warum ist er dann warum ist oder mit der mitte mit dem thomas das ist so schwer die luft anzuhalten ich halte mal die luft an beim aimen weil ich so krank bin alter du hältst jetzt in echt die luft an oder was ich kann es drehen nicht anhanden ne mann ohne spaß deswegen kann ich auch so lange die luft anhalten unter wasser natürlich nicht ja ich hätte das geglaubt ohne spaß ja dass ich die luft ein bisschen anhalten mache ich schon jetzt habe ich ihn nicht gefällt wir pushen marcel hast die mitte safe jetzt wasser tun ich habe mich da so schnell emergency nein der liegt rechts wasser trompeten zwei 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 sauber der andere war wasser tun oder so sein wenn wir müssen ich habe den pushen von der untersteuern ist und noch zu zweit ist das sorgern ist der ledigende der concept der potter der die gettenden die aufgrund von der fröhle ich sehe ich sage auch genauso wie bei dem nicht der beton bei einem anderen Weil der wahrscheinlich auf unserer Seite gecrossst ist, weshalb, und das war ja, fragt er ja auch. Ich und Sammy fällen beide den Callout. Egal, Matthias hat's verstanden. Sauber Jungs, sauber. Ich push mal vor. Hier oben, Ginas. Hier, go. Boah, krass, wie schnell der mich dropped. Aume geht auf B, hinten am weißen Van. Er hat auch schlichtweg gesprungen, Sammy. Der hinten am grünen Autobahn. Gut gesehen. Was? Er ist auch schön gesprungen, durch eine Wohnung gelaufen. Thomas, ich gehe in die Mitte, Thomas, ich gehe in die Mitte. Ah, fertig in die Mitte. Ah, nee. Eis. Das ist gut. Habe ich. 2 gegen 3. Ihr habt die Überzahl, spielt zu sein. Habt ihr B-Bomben noch? B-Bomben noch. Hier ist nichts drauf, ich wurde gestunt. Pass gestunt. Pass gestunt. So aufpassen, dass du nicht gepusht wirst, Thomas. Wo war der? Der Knife nicht. Post Ellie. Post Ellie. Die können eigentlich nur B gehen, du musst mal einfach B-Safe. Ach Gott, wir wollen einen A schieben. Der hat er gehabt. Der ist aber wieder B gegangen, oder? Ich gucke einfach gleich Bomben, wir gewinnen zu uns. Komm, ich glaube, wir waren noch nicht zu. Guck jetzt mal, oder? Warte, das war schon nötig. Schade. Hat sich einfach zusammen auf B, oder so. Ja, eben, ich war die ganze Zeit alleine. Hätte ich einfach geneift. Hätte ich einfach geneift. Hätte ich einfach geneift. Ich bin in One-Shot. Fog. Hoch, hoch. Einer Post. Schön. Einer Post. Relia liegt vor dem blauen Truck. Relia liegt vor dem blauen Truck. Hab ich. Ab die Bombe! Ab die Bombe! Ab die Bombe! Ab die Bombe! Ich bin wichtig. Hab ich. Warte, ich komme ein bisschen näher zurück. Mach mal Post-Safe. Einer noch. Einer noch. Ich hab der in Spawn. Notaufnahme, ja. Ja, der war vor mir. Guck hin. Guck hin. Hab ich. Entschuldigung. Entschuldigung. fertilizieren Sie Flanke. Ich bin Afghanistan Robinson. Tema. Entschuldigung. Ja, OVERixe. Betre SPA-Suitive-Sirtschaft. Ich bin auf zehnsecaczone. Jazliftforum. Ich bin nicht verrecker. Ich bin è pearl in EA zu sch Sekde. Entschuldigung. Entschuldigung. bin прибLaughter Soul 퍼z? und einer loading und so was du sagen gesagt ich denke weißer wenn weißer wäre noch einer ich glaube die genau auch der war der mit der bombe er hat die bombe geholt und das richtung gelaufen ist eine kämpfe ich habe an die gasflasche da und wenn die plänen hast du es du musst auf der bs helft und stopp k sagt okay k ich muss hin Ich werde mit der Angestellten, ich werde mit der One-Shot Der Speller von oben, oder? Weiß ich nicht, konnte ich nicht beobachten Bauküder Haar-Spieler hole ich mir, warte ich bin hinter dem Es ist entweder Ginas unten Habe ich Ist er überhaupt einer vor? Ich gebe die Mitte Die denken das ist eine Argo Echt oder wo? Echt oder wo? Ich bin hinter den Hinter den durch Ja, hab Jetzt One-Shot am Tank Schön Ich bin doch nicht so One-Shot wie ich dachte Egal Lass zu machen hier Eine Kompromisse Pass auf, dass sie nicht hier zu A kommen Kann gut sein, dass jetzt A kommen Und wir haben das noch nicht gewonnen Smoke in der Mitte Und man geht nach Salora Geht, ist nix Der pusht direkt vor, der pusht direkt vor Ah, fuck Er ist Blut ab Oh, das kann nicht sein Einfach Angriff jetzt, drum kommt Ach Das ist Timing Jetzt kommen wir da hinten rum Warte, ich mach es mal mit dem Moog Warte, ich mach es mal mit dem Moog Warte, ich mach es mal mit dem Moog Warte mal ab, der Engel Wasserturm hast du angesagt Ich hab den Wasserturm Ich hab den Wasserturm Ich geh der lieber einer Komplenten Post Komplenten, ich hab nix Post Der pusht, der ist in der Ecke Der gerät Wasserturm zurück Wasserturm zurück Der gerät Wasserturm zurück Ja, ich geh jetzt gleich einfach flenden Komm, drück dir Stattisch Stattisch Stacking, ein bisschen Moog Hast du... Die kommen eh vor Pass auf, die werden bestimmt vorkommen Jo, der pusht Florian vor, hab ich Jo, nice Schön Ja, Varianten Die zum weißen Van Die können weißen Van kaum Samy hat nur Mitte Wasserturm drin Wasserturm, Wasserturm Nice Jungs Sauber Da Jetzt strike's on Natürlich nur Seiten Hauptmenü Seid ihr schon drin? Du? Ich geh mal kurz pissen Gude Immer noch keiner drin? Oh mein Gott Ich muss erstmal wieder in die Server reinkommen Ey das ist so verdackt ne? So krass Wird eingeladen Bin drin bei den Antareshaus Könnt bei ihm joinen Das war komisch dass das hier mit dem Dings nicht mehr öffnet ne? Was? Profil Nur bei Leuten die man ja Liste hat Echt? Noch mal Das ging vorher auch ohne Einfach verpackt Ja aber jetzt ist es irgendwie so Entweder jetzt verpackt oder dem Geendetungsanschluss nicht möglich Ich geh kurz vor Hauptmenü Hauptmenü hallo Hauptmenü Ja Ihr habt das Zeug schon Aus der Kombination gespielt ne? Mit Willi Mit mir oder? Ja Dann sag mir nur was ich machen muss Und dann mach ich das Ähm mit der Porsche runter hin Mit der Verteidigung Ja Angriff Angriff Dann geht Dings und Hei 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 Also mach ich blöd Oh lol Was? Ich bin die ganze Zeit bei Internet surfen Hab vergessen zu joinen Thomas Alter Läuft ihr wohl hier Thomas Wieso da war doch was ne? Keine Ahnung warum die das jetzt Wieder reingenommen haben Hey Mann So unnötig Wenden wir jetzt müssen wir wieder elfmal starten Und dann gehts immer noch nicht Ja das ist echt Das ist echt das Ich find das das Schlimmste annehmen Sonst geht die eigentlich Ja gut Die Madmart Ich mach nur nicht Ich hasse es nur Die immer kaputt ist Aber ich bin afraid Ist auch extrem verteidig Ja das dich oder? Oh 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 Keine Ahnung Keine Ahnung Wo gehen wir hin? Ganz normal Verteidigung Ganz normal Ganz normal Ich koch grad Nudels Ich koch grad Nudels 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 Er schreibt halt auf Schweizerdeutsch Du wirst ja verstehen Auf Schweizerdeutsch wird das so geschrieben Wenn wir uns gar nichts vormachen In der Schweiz pfeifen wir auf die Brasilien Ins Elfmeter ganz anders Ja Da steht die Welt halt Kopf Das war Das war kommt Du wirst mir jetzt lustig Äh ne ne Das ist Slang Und Teils Nudels Sagte Komm jetzt Lass die Map holen Ey Die sind durch doch wahr Thomas Pass auf Ja Ich schiebe 2 durch Semi Schönen 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 ULMG Letzter Steht Klozette 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 Lässt du ich Thomas Ich bin schon tot man So Kitchen drin Kitchen drin Der ist schon reingesprungen Man kann auch wieder zurück Ah Da haben wir noch zusammen gehen Ich krieg ne Nate nach da hinten Was soll ich ja nicht nachgerückt Jungs Rest Bude Wer ist mit der Geht zusammen Es geht schon Ich glaube da ist er Rechts zum Zelt kommt er Ehm links aber da Der ist doch noch oder? Ja der muss doch sein Klar Ja Der Zelt Ist der immer noch da? Ja schön Sauber Semi Gar nicht mitbekommen dass du tot bist Thomas alter Ja übelste Horstkonn alter Der steht mitten auf dem Gang Aimt einfach ab Schießt 2 Schuss Ich bin down Ich bin down Ich bin down Ich bin down Habe ich gemerkt Hätte ich noch eine Sekunde gewartet hätte Keine Muni mehr Was ist das der? Oh mein Gott das ist ein Hausvorteil Heftig ne? Das ist nicht mehr normal Das ist nicht mehr normal Alles klar man Na komm der Garten Beteiligung holen wir noch Nein Sind wieder durch Thomas Hab einen, der andere ist auch noch Ein Ich bin down Ich bin down Weil es ist bekommen Sorry Marcel Oh der kommt Oh der kommt Weckerand Treppe 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 Geht Glauben wir nicht Dass die hierin gedroppt Ist Glauben wir nicht dass die hierin gedroppt ist Ich hebe auch ein bisschen Thomas. Ich komm mit hier rein. Boah, sauber. Bei ihm eine Chance für ihn. Defuse that shit. Hat sogar noch 2 Nadesinger. Seile lassen wir da außen direkt eine Rauch rausschmeißen. Ja. Mit Rauch dreht raus. Rauch und Cognito, klasse. Wie? Ich geh mit langer Waffe, ich schmeiß die Rauch raus. Das dauert so lange bis die offen ist. Ich bin Wasser, ich bin. Trophy. Wir fahren nochmal in die Mitte rum. Geht da, Mann. Einer ist noch beim Backup. Der liegt da, der liegt da hinten. Hinter der Statur. Den Pulschen. Schön, Thomas, ist wichtig. Einer war noch hinter uns, kommen wir müssen vor. Bridge, bridge, one shot. Der Knife. Nein, der hat den Headshot gegeben. Nein. Oha. Nein, der hat den Headshot gegeben. Nein, der hat den Headshot gegeben. Nachher hat er den Headshot gegeben, als er sich getötet hat. Oh mein Gott, Jungs. Ja, komm weiter. Ja. Ich knife im Moment gar nicht mehr, das ist lächerlich. Ich hab den locker gehabt. Ja, ich weiß noch, komm. Jetzt einfach wiederholen. Ja. Ich muss mal wieder knifen. Wieder einer durch. Wieder einer durch. Einer, noch einer. Zwei. Ja, der ist drin. Ja, der ist drin. Samy, das ist drin. Ja. Samy, das ist drin. B, desensiv. Ja. Ich mach hier bisschen hinter den. Ja. Einer B, hinten. Habe ich. Sauber. Ich hab hinter die Samy und hinter A. hat niemand kognitore gar nicht bleibt einfach so das hat aber gerade gut geklappt auf b theoretisch also lasst es nochmal ja man lasst es nochmal ey Thomas, halt, ich spar dir mal deine drauf auf, ich schmeiße den Typen da hinten dann vor die Nase ich versuche dann wieder links hinter die Kiste zu kommen glaube ich ich sehe dir hinter der Schraube chillen, richtig so jetzt chillen ich sehe Bütchen, wenn da hinten ein Brauchhop reinkommt ich sehe Bütchen hinten ein Brauchhop ne vorne vor der Kiste lass den, lass den nicht pushen, ich sehe Bütchen ja das war der ja ich hab Bütchen ok komm jetzt direkt nochmal Verteidigung holen das war so dumm von dem, dass er da geschossen hat als die Rauchlage weil ich wusste dann genau wo er stand ja der wollte Bombe sprayen, ne? naiden, naiden, der hätte sogar eine Doppelnade geben können ja eben sag ich ja ne sag ich nicht, aber sag ich gar nicht Samy, wo gehst du jetzt hin? nach oben ok wenn du einen gern bei dir gehabt den hier fahren den hier fahren er ist da beim links Hotdog stand da sind zwei zusammen 2 gegen 2 unten war noch einer bei B ja bleib dann erstmal so stehen Thomas, mach du unten nicht Stress, Sammy geht du an Bitch, chill, aber mach gleichzeitig Stress chill, 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 mach gleichzeitig Stress jetzt komm, jetzt beide Stress, komm da ist nix weiter er ist in der Erstattung er ist in der Erstattung weg ich warte bis der Planter kommt Alter 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 Fuck, dass die direkt den Angriff fallen, wenn ähm hat er gesehen? äh weiter Bridge Kein Scheinster am Motor Oh man, ich schmeiß grad die Smoke kann nicht sein Boah Ja, ich konnte nix machen Lol, der hat mich gesprayt Antara, kannst du nix machen mit der Ungeheck Ja, lass Verteidigung holen, komm What? Alles klar, Mann So lächerlich Ja, lass Verteidigung wiederholen, komm Hier drunten Ehhh Ehhh Zwei Bridge, Zwei Bridge Distant, Digga Einer pusht dir vor, Digga Einer pusht dir vor, Digga Einer pusht dir vor, Digga Wovon? Hier, jetzt wo ich... Wo... warum ist denn nicht mehr da oben, der in der Mitte sein soll? Der in der Mitte sein soll Hast du dir mit, ich hab gesagt, ich mach unten B Er war tot übrigens, muss selber das Boah Hach 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 Habt ihr den hinter B Schön Wichtig Jungs, nice Wichtig Jungs, nice Hier sagt legen Hier sagt legen Oh, der ist Bridge runter, Bridge runter, komm Mann, warum guckt keiner Bridge? Oh Ey, nicht auch noch Rennen die nicht kriegen Wichtig Der letzte Mal auch Bridge, nein Ey Jungs Das ändert nicht immer die Taktik, Alter Der hätte uns einen Triple Kill geben können Der hätte mich auch fast getötet Ja komm, das ist Ronald Hallo Jungs Hallo Jungs Ich trenne direkt Bridge, vom Mitte, ok? Naja, ich geh trotzdem oben Weil, weil die Zwei ist ein bisschen kritisch Wollen wir in der Mitte Wollen wir in der Mitte Wichtig Schön Aber ich bin Komm Jungs Andere, was ist he? Habt ihr Kitchen? Ja Ja Noch war einer Giebe Oh, die Sprake dass er gleich wieder über B hinterläuft, der Pissler. Kitchen. Ey, Mann, ist doch scheiße. Die B gehen? Ey, Tramp, ich kann nicht tun, der kommt, der wird hinter dir. Die haben wir ne Sekunde früher. Matthias, 2 noch. Ey, hätten wir holen müssen, ohne Spaß. Ey, hätten wir holen müssen. Ich hatte ne 1st Frag, dann... Wird dich denn auf A geholt? Der ist um die Ecke gegangen, hat mich getötet. Als Sentara ist, so hat er mich vorhin auch getötet. Ja, so ein Scheiße. Okay, schieb's halt wieder auf mich, wenn der Zweikampf einfach nicht fair ist, was soll ich da machen? Ja, nein. Hat doch keiner gesagt, das ist einfach nur unnötig, dass wir's verloren haben, fertig. Egal, komm, um uns weit. Das ist hier aus zum Hotel. Das ist ja auch so. Okay... Da ist ja auch so, heute. Okay. ich mache feiern einer und an der jumper wir gehen die erste bau sein 6 1 oder 6 2 ich weiß nicht genau aber egal was die jetzt bringt uns das jetzt kommt hat er weit weit schon Der letzte war weit oben Es ist Graffiti, hinter Graffiti Der geht zum Blutzug, das sah so aus Alter, das ist Timing Worum gehst du aus dem AIM? Fisch? 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 Ich war nicht mehr Habe den Bomben gewesen Rechts von rechts Tschüss Liederfahrer, glaube ich Was? Oh mein Gott das war so ein time fail sagen oder abhaut land und ein feier und habe ich das war der eine frage was der sportarbeiter jungs mit schlau spielen oder dumm spielen zu tun können wir doch nix für eine durchrennen und jeden zweikampf gewinnt ich bin doch nicht schlau ich pushen können wir doch jetzt uns keine vorwürfe machen was bringt dann nichts um zu schreiben ohne spaß ich schicke mich so auf weil ich der walter ja trotzdem sind wir im verlieren ist die frage für die zu kam ich in der one shot ich muss jetzt mal kurz weg rauch muss die smoke red elli red elli ich sehe noch wenn sie rausspringen bringt einer blutwein blutwein und aus hasten könnte ich hier ich gehe an ich gehe nicht an der grund der stand und ein feier der draus habe ich oh was der ist vor graffiti der pusht vor der rechts rechts am zuge liegt der semi und ein feier rennt zurück vor dem container zwei noch und 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 zu hinten sondern zurück und 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 alter alter allerdings verteidigung jetzt dazu sagen wir gar nichts hat nichts ich bin zu zweit zwei donuts ja ich bin allein das auch schon dann bringt es ja nichts ich war direkt das war ja durch um uns Nein, einer, ähm, pusht, äh, springt Jumper hoch. Und einer, ähm, Red Train, einer White Train. Bearschen, Alter. Denen alle hier. Ich weiß nicht mal. Äh, haben wir auch da. Red Train, einer, wenn der liegt, ist, glaube ich. Ja, der stark Red war der. Komm. Ich muss noch mal ein Blut zu fahren. Feuer unten drin. Schön, wichtig. Feuer ungenaded. Der war oben. Der war oben. Ganz oben, oder? Nein, mittlere Etage. Ja, ganz oben, habe ich. Und da, und, 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 und. Jetzt sind wir noch in der Ecke unten. Immer noch. Schön. Oh, einer red, 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 red. Red, 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 red. Ah, jetzt richtig, komm, jetzt wird er wiederholen. Ah. 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 Ja die Bombe. Feuer raus Thomas. Ich geh chill. Können die Jumper nicht ne? Bombe hab ich. Holzbau, der kommt hinten red. Red, hinten red, hinten red. Hinten red, hinten importer. Ist er. Schön. Ich bin Krayt, wo sind die? Ja die haben durchgerannt. Ja sauber Matthias, genau so. Das ist Simon. Ich wollte so der Schild warten wo die Bombe. Bombe ist Krayt, da unten. So red train dahinter. Spielen zusammen. Komm ins red rein. Wo ist die link zum red train? Oder ich guck das da nicht auf B geht. Der hat auf jeden Fall die Termalwaffe. Dampfer, Dampfer oben. Dampfer, Dampfer oben. Dampfer, Dampfer, Dampfer oben. Dampfer, Dampfer oben. Dampfer, Dampfer oben. Dampfer, Dampfer oben. Kommt Jungs. Kommt Jungs. Dampfer, 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 Dampfer. Dampfer, 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 Dampfer. festgestand feier und hat feier aus der war eben dass er ist ob der noch durchgerannt er ist noch einer im weit train um weit noch eine jetzt so feierlich zu gehen jetzt ist es der feuer den von recht aber auch durch weiter wenn wichtig ich bin so ekelhaft man eine war hinterm red der anderen reihe heute heute wird schon heute mann wir können nicht töten mann guck dir das an ich kann es ja auch nicht das ist nur hoff ging dass wir gegen die wir spielen doch wo auch gar nichts gerissen mann er ist nicht gut aber gar noch schweiz und 16 kills alter ich gebe fast schocken der tippen ja komm sehen das noch wenn direkt auf krieg könnte gehen ja da kommt der ist raus jetzt gemacht das geld ist offen ja wenn ein tage war noch feier durch ein tag ist dann so habt ihr schon nicht sterben wie kann man so lange auf einer position kommen ich check das einfach nicht so matthias ein bisschen bewegung laufen desto gb und sind schön ein treck das langer trainer in e of a bonner wird hier ist ja es kommt immer eine abendung wenn er da wieder vor dem rechten in der bombe an der pass habe ich frei habe ich dann kommt oben 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 der geht weiter richtung feier schön 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 letzter ring ein der holst du oben bei dir komm für planten gehen wir sind auch hat legt ich sehe nix es ist unten und und notes also nicht dass du uns durchspray durch die zauhn Jungs, an der Bombe! Der ist an der Bombe! Der ist an der Bombe! Der ist Holzding hinter Holzding! Schön! Richtig! Ey du hast echt egal, durch dieses Scheißding kann man durchs Prenn wie man will ne? Wir haben Verteidigung Jungs! Wir haben mehr Kills! Komm jetzt! Leg mich jetzt ins Holz an! Wollt ihr Holzaktik machen? Ne, ich leg mich nur hin! Ne, ich leg mich nur hin! Nur einen auf Erraschungseffekt! Ich guck Gate, dass der nicht aus Gate wieder rauskommt! Warme down! Dich! Geh dich zurück sein, hier ist wichtiger! Ja, dann mach ich! Feier, da geht unten um uns! Unten um uns! Entweder unten um uns rein oder rechts aus dem B! Rechts aus dem B ist er nicht! Oben um uns! Der ist One-Shot! Aber ich brauch Hilfe! Er ist kein Tun Zielkraft! Zaib einzelner Blödsug! Noch mal was die da! Sehr wichtig! Zweig gegen zwei! Hey! Untergesprungen. Kommt hinterm Red, hinterm Red! Nein, ist wichtig! Jawoll Junge! Sorry, Alter! Das sind die schlimmsten Spiele, Alter! Da kannst du die Controller wegschmeißen! Alter, ich spiel kein GB, Alter! Ich spiel nie wieder GB! Sauber, Jungs! Sauber! Fuck! Todes ab! Ich spiel jetzt kein GB! Mal Chris hat gut gespielt, aber in Taradis... Und sorry, ich will dir in Taradis nicht zu nahe sitzen, aber auf seinem Host ist der unbesiegbar, Junge! Ohne Spaß! Alter! Guck, ich spiel's auf jeden Fall! Auf dir geht's halt um Millisekunden, wenn der die... Zwei Feuerwehrsicht... Oh! 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 Ey! Ich brauche mich einfach null an, ohne Spaß! Es war so unnötig! Es war so unnötig! Ja, man gewinnt zwar im Endeffekt, da war ja einer von uns hier drin! Oh! Ich hör mal Raum an, kurz! Was? Trotz mal, Alter! Was, Mann! Wenn du dann so'n Hausverteiler hast und einen guten Spieler, ne? Das ist einfach zu krass! Na, ich mach's drüber! Na, ich mach's drüber! Na, ich mach's drüber!